Hallo Leute, mein Name ist Daniel und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von einem Update, dem Format, wo ich euch über aktuelle Themen auf meinem Kanal informiere und euch zeige, was so in meinem Leben abgeht und wie es weitergeht. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, das Piano Cover ist diesen einen Mittwoch doch nicht gekommen. Es hat sich nochmal verschoben, ich bewerbe mich gerade zur Zeit bei ganz vielen Stellen wegen einem Job und wegen einem Nebenjob. Da ist gerade ein bisschen was zu organisieren, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit immer. Aber dafür, und jetzt passt auf Leute, jetzt kommt es, es kommt ein eigener Sommersong von mir auf meinem Kanal. Darauf könnt ihr euch schon richtig freuen, ich habe da selber ein bisschen was zusammengebastelt, wieder ein bisschen experimentiert. Und ja, ich hoffe ihr freut euch darauf, es wird richtig cool. Und ja, ich bin auch jetzt wieder aktiv. Es kommt ab und zu jetzt mal was, also ich versuche es wenigstens so regelmäßig hinzukriegen, Videos rauszuhauen für euch. Und bleibt auf jeden Fall dran, es geht weiter. Ja, das war es eigentlich soweit. Auch mit dieser Folge waren wir diesmal ganz kurz. Schaut euch auch mal die letzte Folge an, da habe ich so ein Osterfeuer gefilmt und gerade auch voll ganz cool. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020